Bei dem Fan-Dieu-Video sagst du einfach, Dings, wenn du bist, das ist ein Spaß-Kannes-Ein und ich sag einfach, ja, gleich, stopp schon. So ohne Emotionen sagen wir das. Ich glaube, ich sag dann auch noch, wie du direkt zustimmst oder sowas. Ja. So, ich hab gehört, ich kauf jetzt Assassin's Blessing. Ich dachte, nee, ich meine Hunters Blessing. Mega, auf jeden Fall. Ja, da ist es wirklich das. Hey, Amigo. 70. 80. Okay. Okay. Okay, Alter, ich weiß gar nicht. Scheiße, das geht los. Ja, wo ist er? Achso, Vulcan ist solo. Touch? Vulcan ist solo. Oh, Bingo ist nahe, ist die... So, du bist tot, Diggi. Ich weiß jetzt schon. Ich kanns riechen. Ich kann so riechen, Diggi. Ich kann so riechen. Ach, wer... was wärst du nun? Ich kann so riechen. Was wärst du nun? Was wärst du nun? Ja. Mägt das gut. Fükser-Tank. So. Tanks. Tanks. Tampf. Tasi ist doch, weil du noch so positiv... Ach goals. T Co... T입니다. Tpop. T queens. Tant. Wir haben einen Mann zu verraten. Das ist gut, aber wir haben einen Mann zu verraten. Achtung! Verrückt! Scheiße! Bougie ist verrückt! Bougie ist verrückt! Achso, das ist Warrior. Ich denk grad, was geht bei den Bougie ab? Warum ist der hier? Der hat ja Bougie rockiert und kippt er ab. Gank! Gank! Cink! Puh! Bougie rääääää! Gank! Heike,iving das checkhalten! Him! Wie hei! Can... Wacht,wacht,wacht... Wacht,wacht,wacht... Ich werde das zu meiner Konnexion addieren. Ich werde das zu meiner Konnexion addieren. Ich lasse den Zen nur noch mal alleine, weil der ist ja der Boss. Scheiße. Buff sterblich. Oh, fast hätte ich dich auch noch getötet. Schade. Egal. Macht bekommen. Werf. Für den Jungler ist das Werf. Der Blue-Buff. Ganz ehrlich mit dem Blue-Buff. Sollte ich so immer sterben. Sollte ich dir jetzt helfen? Er ist da oben, Digga. Er ist vom Tower und Cold Carb. Das Beste ist einfach Mutiny. Ist so. Aber erst mal Schatten verkauft werden. Ja, das ist so gut. Ist so. Ist so. Ist so. Ist so. Ist so. Wig. Ist so. Ich bin so. Ist so. Ist so. Du bist so. Ich bin so. Sie sind so. Was hat einen Oregon für den Voice Pack? Achso, das war Verwandlung deswegen. Hat man da auch einen anderen Voice Pack? Oh. Schade. Witz. Ah, komm. Versuchen wir nochmal den Blubuff zu klauen. Wahrscheinlich werde ich daran wieder sterben. Geil. Aber easy. Das ist nicht mal Wahn, Hattie. Deine lefte Tower ist unter Attack. Ja! You don't come in, I ask for help. I hate you. Nice. Was? Guck mal. Der schreibt die Hilfe, obwohl er rechts bei Level über Huji ist und denen ist ein Tower. Hilfe! Bäh! Ist der lau, Hattie? Ja. Ich glaube, ich stirbe da. Egal. Du bist so lau, Alter. Jetzt ist deine Schuld, dass er da gestorben ist, Bruder. Ich heiße mir scheißegal, dass er da gestorben ist. Leute, wenn du das jetzt schreibst, ich lach mich kaputt, Digger. Ich bringe den Hund um. Der Schattel. Und Big Dick ricochetet 7400 damage. Ich weiß nicht, wie du auf 1400 gekommen bist, aber... Keine Ahnung, ich habe einfach irgendeine Zahl gesagt. Tötet den Hund. Warte, hier. Er ist da reingesprungen. Ja. Stopp. Jetzt noch schön eine Farm von ihm nehmen, damit er weint. Ich so. Warte, warte. Nicht ohne. Na, nimm schnell. Hier. Sorry. Alter, ich habe doch gerade eine Worte hier kaputt gemacht. Oh nein, er hat auch noch 50 Gold davon gemacht. Ah, der Hund, Alter. Die Morgan macht ganz halt irgendwie alleine. Ja, aber um die 50 zu sorgen. Nein, diese 2.000 Brauten, Digger. Ist sie? Ich spiele aber echt gut. Ja, ja. Ja, der Start hat dir auch hart geholfen, DG, dass sie die gekillt haben, noch sie ihn gekillt bekommen. Jetzt noch Bumbas Mask-Grenze holt, DG. Oh, 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 oh. during Floty? it's Vanguard. HAPPEN so, oh, oh. Und die ist richtig schlecht. Die Candidate geht's weiter zurück, aus. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich könnten wir da alle Kilme reingehören, aber ich hab kein Mana, die gegen ihn. Und ich wollte nicht helfen. Legitim, legitim, du. Nein, die soll nicht sterben, die mag ich. Glaub mir, du magst sie nicht, wenn sie noch zweimal stirbt. Dann hast du sie noch mehr als Zenunas. Ich verstehe Zenunas oder zwei Level höher als Hoi. Eigentlich easy. Zwei gegen eins. Eigentlich easy. Er ist zwei Level drüber. Eigentlich easy. Gegen ein Jaumund und ein Hoi. Wo ist das Problem? Guck mal, der treibt der. Du warst Glück, Digga, der holt doch. Das finde ich alles nicht cool. Warte mal, die Ulti von Pelee, gell? Ja. Wenn ich geultet habe, muss ich einen Gegner nahe treffen, damit diese... Es ist ein Auto-Attack, ja. AOE-Auto-Attack. Ja, aber ich muss einen davor treffen, damit das AOE wird, oder? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Bei mir aktiviert er sich nicht. Okay, doch. Wenn du mit deiner Ulti-Dash sozusagen danach deinen Auto-Attack machen sollst. Genau. Aber nicht jeder. Ich klicke, einmal passiert es, wenn ich einen Gegner treffe, und dann irgendwie nicht. Ja. Also bei mir passiert es bei jedem. Also bei den nächsten drei oder vier, aber ich weiß jetzt nicht, wieviel. Fast jedes Mal, wenn ich die spiele, ich habe dieses Problem. Okay. Vielleicht ist das mal. Nein. Nein. Ich komme zu dir. Ich komme irgendwie in meiner Richtung. Nein! Ich bin bei dir, Bruder, wenn du kämpfst. Ja, ja. Ich bin gerade rückwischt. Ich bin tot. Ich bin tot. Du hast 647 rückwischt. Ich meine 6400. Ja. Ist auch gut. Okay. Okay, das war irgendwie... Ja. Egal, das war nur Keeling für unser Team. Jetzt schirbt er. Nein, das ist auch egal. Nein, der, 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 der. Komm schon. Der ist genau. Fika. Urus ist Bro. Ist so. Ja. 3-2. Ich versichere dich. Ich versichere dich. Dann hier? Ist da losos? Ist das losos- Ist daserschron nicht gut? Ja. Oh. Ah, sogar den Speed-Buff geklaut, du Pisser. Holy shit. Ich denke, was ist los mit dem? Mit wem? Was ist los? Du, ich hab noch 5 Leben, die sind da ungespricht. Vulkan-Ust ist auch, die hassen uns. Ich muss nicht... Ja, Leute, wenn ihr unbedingt einen Kielstück hier wollen wollt, dann... Nö. Very important. Very important. I never troll ever. Der Name ist mir auch gerade so aufgefallen. Der Himmel ist besser, so dann... Der Himmel Und... Wir können mit dem Gank 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 Oh, das ist eine E Ja, ich wollte gerade sagen Der hat sogar gelegiäte, das ist auch fast im Hund Gank Gank Ja, in der turn dort Ich habe ihn geholfen. Was ist das? 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 Fäng mal einfach! Wieso? Ich glaube ich reingehe! Okay, los! Nice! Oh, dieser Hund kriegt doch noch den Kill, Digga! Richtig unverdient! Scheiße! Er gibt ja auch noch den You Rock! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Und wie ist das? Der Kackchen! Er dachte vielleicht du meinst ihn! Ja, kein Kackchen! Er dachte vielleicht du meinst ihn! Ja, kein Kackchen! Aber er hat HHH geschrieben, also... Wieder nichts passt er nicht wirklich! Also ist er noch gut! Ich gehe auch immer auf die Straße und schreibe Ja, ja, ja! Warum schreibe ich, Digga? Ich sage, ich gehe raus! Ich sage, ich gehe raus und dann schreibe ich! Anstatt... Dann sage ich, Digga! Und du sagst das Gleiche, Digga! Was ist los? Wir sind dahinter, genau! Wie schön ist das? Keine Ahnung, Digga! Wir kennen die Hälfte von denen Ihr Team Usualist Team! Bis Team 29 wird nicht Usualist Team! Gank! Damn, Seagulls! Yeah, I'm awesome! Ja, ich weiß! Das ist ein Dank! Ich bin ein Bruder! Ich bin ein Verleihbar. Ich bin ein Wett auf mit dem Verteidig! Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Wo ist das? Die Autotek von Zern 1 Am I still here? Your right tower is under attack Enemies in right lane Elves drop, I'll defend right lane Okay, enemy ultimate, that's my revenge In attack Not to you tank Am I still here? I think you're dead I can't do that, I can't do that I can't do that, I can't do that I can't do that The melee is just broken But I'm dead I can't do that Yeah, I can't do that Ja, du bist so großartig, du bist so großartig, du bist so großartig. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch!